Ja, lieber Markus, schön, dass du heute bei uns da warst und was für mich so auftaucht ist, mir ist das Herz aufgegangen bei deiner Musik. Ich hätte jetzt nur eine Frage an dich. Welche Botschaft hättest du für unsere Mitglieder? Peter, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Das war wirklich ein wunderbarer Nachmittag und ich kann jedem empfehlen, der noch nicht da war, dass er kommt und sich das einmal ausschaut, weil das ist so ein herzenserwärmetes Projekt, dass ich da habe. Meine Botschaft für alle ist das, was ich heute auch schon am Abend gesprochen habe. Der Klang deines Lebens ist das, was du sagst, denkst und tust. Das heißt, mit all dem, was wir tagtäglich tun, erzeugen wir Schwingung. Und diese Schwingung kann was Gutes sein oder kann was nicht so Gutes sein. Und ich mag einfach alle an mir dieses gute Potenzial in jedem zu finden und achtsam mit diesen Dingen zu sein und mit den Schwingungen, die wir nach außen schicken, weil das kommt wieder zu uns zurück und das bringt uns genau dieses Paradies, das wir uns alle wünschen. In diesem Sinne wünsche ich für alle, dass das Paradies so bald wie möglich da sein soll. Vielen, vielen Dank, lieber Markus, und ich hoffe, du kommst wieder einmal zu uns. Absolut, das ist ja wieder eine Pflicht für mich. Okay, danke.